Habt ihr schon mal Kim schreien gesehen? Macht die Koffer runter! Yes, have there is! Gute meine Freunde, heute seht ihr vor euch noch, noch Sel und Egg. Aber gleich kommt Kim und Carly. Und dann geht's für den Tag lang, Leute. Als wunderschöne Dame hier durch, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie Egg aussehen wird als Kim, weil, Leute, ihr wisst ja, ich hab's hier gelernt als Kylie. Fass mein Booty auf. Gut auszusehen. Sie hat so eine Perücke bekommen. So, Egg, Quatsch, immer eine Perücke. Ja, die wird sich auch ein bisschen privat tragen. Ich werde mit euch ein 10 Euro, Alter. Und jetzt geht dann unsere Umwandlung, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie Egg gleich aussieht. Die Lippen kannst du ja schon mal so lassen. Und jetzt fährt auch die Lashes. Hast du? Haben die Lashes? Also, Leute, wir haben draußen 40 Grad und ich muss sagen, die ist jetzt schon sehr heiß. Leute, ich muss sagen, die Perücke drückt sehr stark auf meinen Kopf. Fühlt sich an, als würde ich gleich reiern müssen. Ja, Leute, ich hab's mir auch anders vorgestellt. Ich glaub, die Perücke ist so creepy, weil ich hinten so einen fetten Dirt gemacht hab und ich das vergessen hab. Und ich seh aussehen, Egg, Alter. Ja! Ich versuch, mir Wimpern zu kleben, Leute, und es klappt nicht. Ah! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin mit mir beherren. Carly ist weg. Und jetzt gehen wir gleich zu Kerm. Und ich hoffe, Kerm Kai ist ready, Leute. Weil ich hoffe, dass sie big boobs hat und dicken Po. Wir haben zumal unseren Po gemacht, Leute. In Miami. Und, äh, die haben wir bei der Curious Immersion bekommen. Da hat ein Joke! Ja, ähm, ich bin sehr gespannt, was für eine Haarfarbe sie gemacht hat. Weil, Leute, ich weiß ganz genau, dass wir im Friseur waren und sie hatte kein Geld dabei. Und dann musste sie irgendwas reduzieren. Wir schauen gleich, was es ist. I am very excited. Da hat ein Joke! Also, Leute, hier ist Kim K. Und ich glaub, Kylie wird sich freuen, so eine geile Granulatenschwester zu haben, diese Extensions so wunderbar faked und so ein schönes Fake-Blond. My lips are so full. Sogar mit Kylie Lip Liner benutzt, Leute. Ich bin eine 10 von 10 und Kylie wird mich lieben. Warum sind deine Boobies so spitz? Äh, because they are natural. Warum lieg sie so? Oh mein Gott! Deine Haare sind nicht echt? Die sind echt! Meine sind auch fake! Oh mein Gott! Warum lassen wir den Ess schicken? Oh mein Gott! Ich komme hierher. Ich ziehe hier ein. Versteht ihr? Er ist mein Bestie in Miami. Ich habe ihn gefunden an der Straße. Oh, an der Straße? Oh mein Gott! Und dann kam raus, dass er mein Nappen gehört. Da habe ich ihn zurückgegeben und dann wieder geklaut. Oh mein Gott! Du hast auf deine Boobies! Ja, mein Baby ist so süß. Sein Name ist Jin. Ich will dich holen. Nein. Bitte schön in den Hallen. Habt ihr schon mal Kim schreien gesehen? Mach die Kota runter! Du weißt ja, ich habe in Miami. Und Mama Chris war auch da. Sie hat uns unsere Karten gegeben. Oh mein Gott! Meine American Karte! Yes, der American Express ist mein. Das ist... What? Wirst du sagen, Chris hat mir meine Bäckerkarte gegeben? Ne, sie hat gesagt, dass du kein Geld mehr hast. Dass alles so geblieben ist, ist das. Eine Bäckerei-Karte! You see, das ist... eine Harrys-Karte. Regeln Nummer 2. Wenn du dich freust, schreist du. Yes! Harry oder Gary? Gary. Wer ist Harry? Du bist Harry? Nein! Nächste Regel ist auch eigentlich, dass du immer ein Haar-Accessoire brauchst. Das ist deine Air Maxen, wo du hast keine. Deine Bäckerkarte ist echt cringe. Und that's why leave it where she is. Wo ist sie? Kann ich lieber mir Bilder machen? Nein. Wir arbeiten jetzt. Ist okay, ist drinne? Harry war gestern da mit Gary. Und er hat mir dieses schöne Ding hier gemacht. Und jetzt müssen wir das woanders hinpacken. Weil ich hab Gary verlassen. Die ist zu schwer für mich, Leute. Ich lass sie mal fallen. Kim, no! Komm her, Lady. You want to eat something? Willst du was essen? Okay. Ich will. Kim. Du kriegst nichts zu essen. Du musst ein bisschen abspecken. Du musst abspecken. Alina. Sorry, ich meine Kim. Harry. Harry. Dein Mann mag sowas. Ihr wisst ja, ich hab Gary verlassen. Und Gary hat mir was geschenkt, Leute. Schau, süß und so. Aber... Das war echt. Und zwar, you can see. Das ist halt wie mein Bodi. Dass ich mich so hinlegen kann und schlafen kann. Ja, ich liebe Gary. Bye-bye. Ich würde wieder von Gary dumm angemacht. Er hat mir diesen Satin... Pass mal an, Kamerafrau. Der Satin. Und er hat es mir geschenkt. Entschuldigung. Er hat gesagt, ob ich ihn zurücknehme. Oh, mein... Oh, mein Gott. Nein, oh, mein Gott. Nein, Kim. Oh, nein, ich habe jetzt mal den Stuhl. I don't like. Er lacht. Und fritz mich. Oh, mein Gott. Schon wieder, oh, mein Gott, so cringe. Guckt euch mal diesen Bodi an. Wow, delicious. Mh, lecker. You can eat it. Oh, no, thanks. Okay, keine Sorge, Kim. Du darfst ihn auch mal anprobieren. Weil Gary hat mir gefragt, hey, komm, Carly, nimmst du mich zurück, bitte? I love you so much und so. Hat er halt so Müll gelabert. Und ich so, zudem, es hat alles an Telefon. Ich so, Gary, we're not working. Wir funktionieren nicht. Du, du bist broke. Und er hat mir sein Konto angeschickt. Weißt du, wie viel er drauf hatte? Oh, mein Gott, sag nicht. Kim weiß, wie viel er auf seinem Konto hatte. Eine halbe Million? Oh, noch schlimmer. Only nur 5 Millionen. Nein, 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 er hat es nicht gewagt, nur 5 Millionen zu haben. Ich schaff alles an und schattet mich an, gell, Alter, bei Gott, jalla. Er schickt dann so Foto, gell. Er sagt, ich habe noch mehr als genug für uns zwei. Ich bin so am Pett, oh my God. Und ich war so, what? Du willst mich, aber kannst mich und Fusseldussel nicht ernähren? Und mir ist auch Kim auch noch. Mit 6 Minuten kommt es vielleicht einen Tag durch. Und dann? Ja, ja. Nein, lass mal Essen bestellen. Bei Gott, ich habe Hunger, Alter. Ey, da kommt mir echt... Wir können uns gleich was zu essen. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Buddies trainieren. Oh my God. Es ist so anstrengend. Mein Pilsen-Trainer hat 20 Stück Keile. Ja, das sieht so aus, wie du aussiehst. Ich habe echt was gebraucht, die Übung, wenn du das richtige Pfirsiche lonten hast. Jetzt ist die Art der Übung, dass viel Essen in den Bauch passt. Okay. Wir müssen schwöre zu ihm. Mach. What? Also, ich mache ja BBL. Du weißt, was BBL ist? Yes. Yes. Für die, die nicht wissen, was BBL ist, da wird Fett aus meinem Bauch und mein Po gepumpt. Das ist ein bisschen risky und ein bisschen lebensgefährlich. Das macht das nicht. Vertraut mir. Und deshalb muss ich immer meinen Blutdruck messen, um zu sehen, ob ich noch gesund bin. Ihr seht, ich sehe gerade anders aus. Auf jeden Fall, Leute, ist es jetzt so, dass ich bei meinem Kosmetiker Arielle war und er hat meine Haare richtig gemacht. Jetzt kann ich auch. Und ich tanze. Am to the bee, ban to the bee. Wie geht das so? Du fangst so spät an, Alter. Wie geht das so? Du fangst so. Wie ist das? Am to the bee, ban to the bee, ban. Ich bin... Du denkst ein Trink. Ich denke, was? Lass meine Soße noch, was du nimmst? Wow, Subway wird sehr kreativ. In Gal, was heißt es nichts, ne? Ich muss eigentlich nichts mehr sagen. Oh, mein Gott! Den Lob, ich glaube, was... Lass ihn! Kannst du erstmal einen Taste Test machen? Nimm eins. Leute, meine Haare nerven so arg. Ich wünschte, ich könnte die abschneiden. Ich finde, lange Haare stehen mir nicht mehr. Du musst so essen. Oh mein Gott! Kylie, du bist ein bisschen wild. Lecker! Sorry, I mean... Yummy! Sie ist wie ein Junge. Sie ist wie eine Lady Alina. Oh mein Gott! Na ja, Kim needs a haircut, Leute. Und jetzt schneiden wir einfach mal drauf los. Ähm, nein, schnellst nicht drauf los! Oh mein Gott, mein Haare! Jetzt muss ich mal checken, was sie hier in ihrem Kühlschrank so hat, because... Leute... Crain, I made a haircut. I made a haircut. I made a haircut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war so cringe. Was ist das? Ein Grain Smoothie? Das ist hoffentlich nicht deins, oder? Yes? Isst du eins? Ja? Oh mein Gott! Haferdrink ist gut, it's for the boot team. Hm, weißt das... Weiß ich nicht. Das ist gut für Salat mit Chips drin. Ganz wichtig. It's very important for me. Dann alle Cremes sind... Ich hatte ganz voll Stress, Junge. Was ist das so... Nach dem Essen muss man checken, um die Kalorien wieder zu verdauen. Wie sagst du in Deutschland? I love Malala. Oh mein Gott, ja! Leute, schreiben in die Kommentare, soll ich, also wirklich Sal, meine Haare blond färben, also auch so mit Übergang werden. Ja, schreibt Hashtag Blond in die Kommentare. Weil irgendwie hab ich voll Bock bekommen aus dem Nix. Ich hab voll Bock auf Veränderungen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wer sieht besser aus jetzt. Hashtag Kylie oder Hashtag Kim. Ich bin absolut dafür, dass es Hashtag Curly ist. Weil Kylie sieht immer gut aus. Das sieht aus wie meine Mutter, Chris. Oh mein Gott! Ist das wie ein Waschlappen? Ich kann eigentlich den Boden putzen, ich präsentier es euch. Leute, wenn ihr wollt, dass Yassin als Candle kommt... Oh ne, okay, kann nicht Candle sein. Und jetzt sag ich... Ah! Ah! Oh mein Gott! Ah! Wer für die *** gemacht raus? Ah! da war's. Hein. sowas. Outro